Ich stehe bei dir gerade vor der Haustür mit meinem Laptop. Hä? Du hast ja voll die Mega-Audio-Qualität dafür. Nice. Deswegen habe ich mir das neue Mikro. Guck mal kurz raus aus dem Fenster. Warte. Hallo! Da bist du ja! Ja, hi! Ich komme kurz rein, okay? Ja, klar. Bis später. So ein Trottel, Alter, als ob ich die Tür aufmachen würde. Ich habe da irgendwas gehört gerade. Klingeling, klingeling, klingeling. Ich glaube, du kannst lange klingeln. Klingeling, klingeling, klingeling. Ja, ich mache nicht auf. Hier ist der Postbote. Oh, da muss ich aber öffnen. Hallo? Hallo? Hi, Vini und ich bin's. Lass mich kurz rein, okay? Und schon betritt er die Tür. So richtig aufdringlich. Warte, ich mache es mir kurz bequem. Ziehe meine Schuhe aus. Boah, stinkt das. Schöner Computer, wow. Was ist das denn für ein Schrank? Das ist ja voller Geld. Nimm mich mal mit, ne? Danke. Nimm mich mal mit, Menjel. Okay, ich bin dann mal wieder weg. Tschüss, Menjel. Mann. Menjel, bist du da? Ja. Ich stehe gleich vor deiner Tür. Hä? Wer bist du denn jetzt? Palette. Ja, aber du warst doch gerade schon da. Nee. Wer war denn das dann? War das Schmalette? Schmalette. Ja. 3 1 2 A 1 1 4